wir rollen wir rollen wir rollen im sonnenschein ja unser trupp der kommt auch ohne schlüssel in deine wohnung rein ich sitze so flauschig die gab es als extra ausstattung eigentlich nicht eigentlich dürfte es so klappen hallo nils are you the police? hallo my friend what are you looking for? vor allen dingen wir haben gerade gefeindert dürft ihr den elfrid haben? hallo nils ja dürfen sie verdammt jan hast du mir gerade auf mein knie geschaut da wirst du später drüber liegen ich bin gerade verkürzen nur nichts der polizist hat wow wer war das der reifen ist kaputt kannst du mal aufschließen du arsch ja alles ok bei dir? das ist y so warte das geht ein bisschen schneller auf alles er das? ich schreib ne nachricht wir halten ihn hier irgendwie fest ja ist bei dir was am quad kaputt gewesen? ne 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 du ich bin der besuchte kurve und auf einmal wart ihr da ja wir fahren auch mit licht eigentlich hättest du uns sehen müssen wenn ich von da von der kurve aus komme schnell ja schnell du hattest doch nicht mal licht an ja ja ich hab's ein bisschen eilig du hast das ein bisschen eilig also so wie du jetzt gerade in die stadt rein marschieren willst würde ich da nicht rein uns kamen gerade drei polizeiwagen entgegen ich hol schnell Terram runter bisschen ungünstig mit deiner waffe tankwart beim kupferhändler Terram er ist gerade in uns reingefallen oh hast du mit schreck eingejagt ich komm um die ecke und wo ist er denn? jan ihr habt ihn doch wo ist er? wo? wie gesagt tankwart ja ja auf jeden fall apropos schönen tag da wär noch was ich würd dich mal bitten dich hinzulegen hihihi 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 hat nichts mit dir zu tun hat nichts mit dir zu tun ah ist euch wieder langweilig ne? nein uns ist nicht langweilig uns ist noch grad aufgefallen wir bekommen wir bekommen geld für etwas und naja hinlegen wir müssen dir nichts tun du musst uns nichts tun da wo das geld fließt da bin ich auch also runter wie gesagt tankwart bei der kupfermine in der nähe daneben es war keine bitte und waffe weglegen warte oh nett dass sie ihn gleich entwaffnet vor allen Dingen wir arbeiten sauber vielen dank ich hab'n sehr kitzligen Abzug sollen wir ihn zu euch bringen? ja wir sind grad schon unterwegs lasst euch Zeit dann schwitzt er noch ein bisschen rum dem geht's gerade nicht so gut voll geil gerammt abgesehen davon hab ich gesagt es hat nichts mit Langeweile zu tun ich bin auch nicht an deinem Geld interessiert ich bin auch nicht an deinem Quad interessiert ich bin auch nicht an deiner Waffe interessiert ich bin auch nicht an deiner Waffe interessiert Tatsache ist ich krieg' Geld dafür dass ich dich hier festhalte da hat wohl wieder jemand geraucht pass auf und da kommen die Auftraggeber schon nicht rein bis hin hebben nicht